ja leute herzlich willkommen zurück zu bioshock infinite ich zeige euch aber vorher mal warum der sound weg war ich war halt so schlau auf monitor-only mute output zu stellen und ja dann gibt es halt keinen normalen output mehr und darüber hinaus ist der filter sehr interessant ja so blöd ist das denn nun mal aber dieser filter den obs studien am neuerdings drin hat er sorgt dafür dass ich let's place aufnehmen kann ohne kopfhörer weil er funktioniert halt einfach mega gucken was kaffee eingießen noch mit reinguckt man sehen wie gut der wirklich ist wir testen das jetzt einfach mal aber falls cooler ist auf anlage den spielshorn zu haben beim daddel kann ich mich hier viel freier bewegen so ohne kabel und cleanbind ist voll geil das funktioniert wohl ähnlich wie rtx voice nur eben ohne rtx voice das läuft mit cpu aber die auslastung ist ziemlich langweilig mit der woher oder auch irgendwie noch anders ich weiß nicht mehr aber ich erinnere mich da an einen titel dann haben wir nicht extra gemischt habe jetzt ziehen wir mal mit der klinik hier aber weil wir den genutelt haben so mit kopfhörern war das erfüllt auf jeden fall sehr gut tastatur und maus rauszufiltern schauen wir mal was noch geht hier ich probier mal den worst case hier spielshorn fett über anlage dann soll mal ein bisschen härte testen hier eine kurze man testen war das auf jeden fall gar nicht so schlecht gewesen da könnte man dann schon mal zufrieden mit sein und daher denke ich mir auch kommen wir kommen das mal voll rein in der folge das ist ja sowieso ein bastelspiel hier was hier die let's plays angeht bei mir von damals irgendwie gewesen und äh äh und dann kann ich bauen wir sie an alles klar läuft looted sieht doch los hier aus ja so was geht hier ab wir müssen mit dem aufzug nach oben der fährt bestimmt den finks büro ausdrückst an einer spezialkleidung die besondere fähigkeiten verleiht du kannst immer nur vier ausrüstungsteile gleichzeitig tragen blablablabla verringert die nachladezeit von waffen um 30 prozent damit aber nicht anlegen das ist ein paliziner hatte mir doch schon was gut ist gerecht gemacht was mädel stehen wir nicht im weg ich bin ein paar kärle mit den wenigstens stehende fähig press ja auch noch ja komm ist gut ich habe meinen humor manchmal ich habe meinen Die sind wie füreinander geschaffen, was? Wer? Fitzroy und Comstock Oh, Moment mal. Stream? Äh... Das wollte ich nur aber nicht, ja. Vertreibung deaktiviert. Mach das mal schön aus. Nicht, dass wir da... Ich muss nur noch I-Punk schießen. Mein Gott, ich... Ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht. Das konntest du ja alles nicht an. Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig. Ich dachte, dass das Antia Liasing bei FXAA ist. Was ich mittlerweile rausgefunden habe. Sieht das echt cool aus. Da kann man nicht mehr kommen, ne? Ich sah dich sterben, Booker. Mit eigenen Augen. Fitzroy. Hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker David starb für die Box Populi. Du bist entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Booker David war ein Held. Einer von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. Das kann ja jetzt nur lustig werden hier. Nehme ich an. Geh und ein Gegner... ich glaube genau gibt es das gegner mit schrot aus nächster nähe oder wie soll der hase laufen kann man sich immer angucken das ist dann noch eine versteckte herumgeschafft obwohl er mir die anzeigt dass er die hoch zählt da bin ich blind ne da ist es 75 gegner mit einer kraft oder mit dem einfluss einer kraft gestanden hat achso weil er es gerade so geputzelt hat deshalb wohl aber auch das ergibt sich dann irgendwie automatisch da sind wir und da sind wir ich bin ja wieder wie blöde alles mögliche überall holt bauen die so zu sagen das beste aus der prozess scheint unumkehrbar zu sein vielleicht hat comstock verwendung für so etwas zum beispiel als wachpost für den turm den er baut die weise gegner vorzuspülen ja halten und wegen zu packen das ist ja interessant naja irgendwie konnte man auch kräfte genau immer oder aber noch im 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 Na ja. Normalerweise würde man jetzt mal umschauen. und da ist noch was versteckt Haffe muss sein, Hut 30%ige Chance, dass ein Nahkaufziel beherrscht wird das beherrscht Opfers ein paar Sekunden lang ein Verbündeter ja, wir nehmen es mit und nehmen es gut und Funktion wir nehmen das irgendwie alles mal mit ja da habe ich gerade keinen doch ausgerüstet ja ja jetzt ist es gut ausgerüstet gut gehürzt 30 Kegner mit der Gatling Gun Peppermill erledigt, ok müsste ich vielleicht auch noch mehr benutzen hier gibt es so viel Zeug da möchte ich auch gerne was mitnehmen gut ausgerüstet eine Waffe und eine Kraft vollständig verbessert ok so, kann ja mal gucken, ob die Waffen aufgerüstern kann aber hier sieht es ja nach Munition aus, ne was die anderen Verkaufsautomaten wohl hergeben oh, hier geht wohl was aber irgendwie funktioniert dann durch, ne ja, dann krieg ich mal her gut ausgerüstet ja, dann Dankeschön hier geht es nicht weiter cool, unsichtbare Wand so was war ja gut weiter geht's berufen ja, fink genau halt jetzt doch oh, Mädel stehen wir nicht immer im Weg rum das liegt noch voll auf den Keks, ne aber ich weiß, warum ich da so lange Pause gemacht habe bei dem Spiel kannst du dir das mal ansehen sieht kinderleicht aus gut, von der anderen Seite gibt's noch nicht fertig fertig meine wunderschönen Hunden gut tötet die Hochstapler und dann verbrennt ihre Leichen Feuerwehrmann, da drüben Feuerwehrmann, da drüben höchst auf der Hölle oh, der ist freiwillig getroffen oh, da unten und nur da runter oh, okay dann geht's auf der Hölle nicht auf der Hölle oh, okay oh, okay Ich kriege den hinten noch einen auf dem Datsch hier Können wir freuen, wenn das nicht geht, aber noch was Boah Oh, Lachlan! Oh, Lachlan! Oh, Lachlan! Das Snyder ist ja auch. Momentan! jetzt aber abschießen haben leere clips eine 40 prozentige chance auf automatisches füllen oder nachzuladen so viel zeug hier geht es ja auch noch lang muss man das Greckling dann holen oder so, mal ein bisschen benutzen? was? holy shit dann lass mich reinlaufen da, oder so das ist es, das ist deine Bewegung es muss sein, wisst ihr die Gründer sind wie Unkraut? schneidet man es ab, wächst es einfach wieder nach wenn man Unkraut loswerden will, muss man es mit der Wurzel ausreißen nur so ist man geklärt ich sag mal bis zur nächsten Folge, Bioshock Infinite, bis dahin machts gut oder besser